Was geht ab Leute, heute ist soweit, Dana und ich müssen aufwachsen in Roblox, denn das bedeutet, wir fangen mit dem Alter 5 an und müssen älter werden und werden in den ganzen Lebensolomator durchspielen, Freunde, deswegen lasst euch auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr noch mehr seht wollt, dreht noch einmal ganz auf euer Handy, drückt noch auf die Glocke, dann werden wir euch das nächste Mal verpassen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Was geht ab Dana, hallo, alles gut bei dir? Ja, bei dir? Ja, natürlich, heute werden wir aufwachsen, wir sind jetzt gerade 5 Jahre alt und müssen heute probieren, älter zu werden und natürlich sind die Aufgaben, wenn man natürlich älter wird, immer schwerer, das kannst du natürlich auch, ne, früher war immer alles so leicht, jetzt müssen wir hier, musst du unten raufklicken, wow, und wo schieben steht, wow, wow, Hilfe, 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 oh, nein, aha, Okay, das Ding ist, wenn man natürlich, wie wir jetzt gerade, pass auf, das Ding ist, wenn man natürlich jetzt wie wir jetzt gerade so fünf Jahre alt ist, ne? Wow, 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 Hilfe, oh, okay, okay, also ich bin auf jeden Fall ordentlich geschwungen, du auch jetzt, ne? Das Ding ist, das war jetzt die Aufgabe schon mal, jetzt müssen wir noch hier rauf, oh, 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 oh my God, oh, oh. Ah, guck mal, alles Gute zum Geburtstag, du bist eingeebenet, geh nach Hause für deine Party, okay, wollen wir mit einem schnellen Häschen zum Haus gehen? Und los. Oh, hier wollen wir ja schon. Hier wollen wir ja schon, dann würde ich sagen, geht's ab nach Hause und da wartet schon unsere Familie auf uns, dann wir haben anscheinend, oh, doppelten Geburtstag. Okay, dann öffne mal dein Geschenk. Du kannst raufklicken einfach. Ich habe einen Ball bekommen. Hast du bekommen? Ich habe auch einen Basketball bekommen. Guck mal. Okay, dann lass mal mit dem Basketball nach draußen gehen. Wir sollen nämlich anscheinend... Ah, wir sollen den Korb werfen. Okay, oh Gott. Pass auf, du musst dich hier hinstellen. Und dann... Ach nee. Balltreffer. Jawohl, ich auch. So, jetzt müssen wir aber halt auf jeden Fall natürlich noch so ein heftiges Basketballspiel, Dana, müssten wir zum Laden gehen, du sagst, trinken kaufen. Deswegen würde ich sagen... Oh, das schnelle Häschen. Verdammt, verdammt. Okay, dann lass uns mal hier das Wasser suchen. Das ist ja hier drin. Ich nehme Saft. So, ich nehme auch, so ein Red Bull ist das hier. Oh, guck mal, wie schnell wir damit auch schon sind. Wir haben wieder volle Energie. Und wir haben schon wieder Geburtstag. Wir sind jetzt sieben Jahre alt geworden. Wir kriegen jetzt ein neues Geschenk. Wir kriegen jetzt, glaube ich, ein neues Geschenk. Oh, du bist voll gegen mich gerannt. Juhu, wir haben wieder Geburtstag. Wir haben wieder Geburtstag. Hast du auch noch ein Haustier bekommen? Ich habe auch eine Katze. Ich wollte auch gerade sagen, ich hätte lieber ein Häusch. Okay, aber wir sollten auf jeden Fall jetzt draußen im Garten mit dem Kater oder mit der Katze auf ein Trampolin springen. Seit wann springt man mit seiner Katze auf ein Trampolin? Ich kann niemanden empfehlen. Die Arm-Tierchen. Ich auch nicht. Aber wir müssen einmal ganz kurz hier hingehen, so. Und dann, nee, du musst einmal... Oh Gott. Das habe ich falsch gemacht. Ich glaube, du musst einmal noch zur Terrasse hingehen. Oh. Einmal zur Terrasse. Oh mein Gott. Oh. Und jetzt wieder aufs Trampolin. Oh. Hallo, Leo. Oh mein Gott. Alter. Hallo, Leo. Vielleicht trinke ich dabei einen Schluck, dann bin ich vielleicht schneller. Stimmt. Gute Idee, ne? Okay, mache ich auch mal einen Schluck trinken. Oh. Okay, okay, okay. Ich glaube, wir haben jetzt genug Spaß gehabt, Dana. Jetzt ist auf jeden Fall auch das, was man natürlich machen muss, wenn man älter wird. Und zwar ist es, dass wir in die Schule gehen. Dann kommen wir mit in die Schule. Aber ich bin direkt neben dir. Aber das Ding ist, wir dürfen wenigstens unsere Katze mit in die Schule nehmen. Das ist eigentlich nicht erlaubt, oder? Na, eigentlich ist das echt nicht erlaubt. So, hier. Zimmer einzeln eins. Wie heißt deine Katze? Oh. Meine heißt Susi. Sie hatte 48 Pinguine. Sie hat 19 mehr gefunden. Wie viel hat sie jetzt? 36. 67. Richtig. Jawohl. Wir haben wieder Geburtstag. War sehr schön. Hatten wir gerade eine verschiedene Aufgabe? Ja, ich glaube schon. Oh, meine Kindes war 36. So, Hoppelha... Ja. Ja? Okay, Hoppelhasen benutzen. In 3, 2, 1. Oh, ich bin auf dem Dach. Oh, ich bin auf dem Dach. Ich bin auf dem Dach. Okay, okay. Wir haben schon wieder Geburtstag. Jetzt sind wir einfach 8 Jahre alt geworden. Mal gucken, was ich dieses Jahr kriege. Meinst du, unsere Eltern haben uns was cooles geschenkt? Ich guck mal jetzt gerade. Was haben sie uns geschenkt? Weiß ich nicht. Oh, ein Fahrrad in der Garage. Und ich war gerade kurz enttäuscht. Oha. Ich weiß nicht, ich hab gar nichts gekriegt. Ja? Habe ich gedacht. Nein, wir kriegen auch beide gleich das Gleiche. So, guck mal. Ding ist, wir müssen jetzt den Fallen folgen. Oh Gott. Was machst du da? Was machst du da? Ich weiß nicht, irgendwas mache ich verkehrt. Oh Gott. So, okay. Wir müssen hier, glaube ich, der Straße folgen oder so. Achtung, Auto. Okay. So ist es weiter weg. Ey, das ist ein Karneval, ne? Wo? Ist das vor uns auch? Das Riesen-Karnevalsschild? Wie cool. Oh. Oh, ist das ein Jahrmarkt? Das ist, glaube ich, echt ein Jahrmarkt, ne? Können wir da jetzt hin? Oh, was wirklich? Wir sind fast da. Aber wir müssen an dem vorbeifahren. Wir sind zurück, fast da, achso. Ja, toll, wir müssen vorbeifahren. Oh, nein. Wir sehen uns wieder, wenn ich älter bin. Da gehen wir gleich nochmal hin. Du musst auch immer dagegen fahren. Ja, das wusste ich nicht. Ich dachte, die sehen, dass ich da bin. Das habe ich auch gedacht. Das sind so Checkpoints. So, jetzt müssen wir zum Spielplatz und irgendwie springen, um über Bordstein zu kommen. Oh, oh. Was machst du da? Darf ich dich gleich ins Krankenhaus fahren? Natürlich, wenn du 18 Jahre alt geworden bist. Nein, leider nicht. So, wir müssen jetzt hier hin. Hier müssen wir hin. Oh, Mann. Okay. Achso, guck mal hier. Wir sollen zum Bikepark. Achso. Ah. So. Sprung. Ui. Ui. Da, wir müssen jetzt hier hin. Oh, oh. Oh. Ui. Oh, mein Gott. Oh. Oh. Bist du am Bikepark rumdingsten? Oh. Ich komme den Berg nicht auf. Oh. Ui. Immer wieder um. Immer wieder um. Bui. Oh. War wahrscheinlich gar nicht so einfach. Ne, irgendwie nicht, ne? So, aber das Ding ist, ich sehe gerade, die schreiben gerade. Wir haben schon wieder Geburtstag. Okay, dann lasst es so machen, wer zuerst zu Hause ist. Wie alt sind wir denn jetzt? Ich habe das gar nicht mehr. Äh, neun Jahre alt. Oh. Wie steige ich denn jetzt ab? Ich nehme das Hoppelhäschen. Oh. Ich habe das Hoppelhäschen hinten auf dem Gepäckträger. Was ist das denn? Warte, ich kann von dem Bike absteigen. Ich bin von dem Bike abgestiegen. Guck mal, wie cool ich bin. Ich mache Basketball und Fahrrad. Bist du zu Hause schon? Schon nicht, eigentlich schon. Äh. Irgendwie sehe ich dich noch nicht. Dann bin ich auch noch nicht zu Hause. Da. Da. Da bist du. Was machst du denn? Ich muss aber Basketball spielen. Warte, wie schwierig das ist. Warte, ich gehe auch. Ich bin durch den Korb geflogen. Ha, wie gerade jetzt. Sonst musst du auf den Knopf drücken, wo Off-Bike steht. Dann kannst du so absteigen quasi. Und dann können wir wieder reingehen und unseren nächsten Geburtstagsfeiern. Juhu. Juhu. Happy Birthday to you. Lol. Wir haben ein neues Haus hier. Ich habe schon wieder eine Katze. Nee, nee. Komm auf deine Schulter. Komm mit dem Garten. Lass auf dem Trampolin wir ein bisschen springen. Da, 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 da. Falsche Richtung. Juhu. Wuhu. Ey, man fliegt halt so extrem hoch, ne? Wow. So, und jetzt müssen wir in den Himmel klicken. Wow. Oh mein Gott. Nein. Nein, nein. Ich muss da hinlaufen. Ich muss es fangen. Oh Gott, ich muss es fangen. Ah, 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 ah. Ah. Ey. Wie will ich denn das fangen sollen? Aber ich habe es geschafft. Ich glaube, ich habe meins verloren. Ach, da liegt meins. Oder? Ist das meins? Ey, guck mal hier. Die sind schon verheiratet. Die haben auch ein Auto und sowas. Das ist ein Fahrlehrer. Okay. Hast du es aufgefangen, Leins? Ich glaube. Hast du auch wieder Geburtstag schon? Nö. Steht es da unten? Oder steht bei dir unten? Bei mir steht, ich soll meinen Bumerang fahren. Ja, dann werf ihn mal in die Luft und probier mal zu fangen. Ich habe ihn mal gar nicht mehr in der Hand jetzt. Ich sehe den aber gar nicht, weil bei mir so viel... Du musst in die Luft gucken, ne? Ja, aber bei mir steht so viel. Mein ganzer Bildschirm ist voll mit irgendeinem Text. Okay, pass auf, pass auf. Fang ihn, 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 fang ihn. Jawohl. Und wir haben schon wieder Geburtstag. Juhu. Happy Birthday to you. Unglaublich. Happy Birthday to you. So, ich habe... Ey, du hast ein Skateboard. Hast du eins auch schon bekommen, Jana? Ich gehe jetzt schon in die Garage. Okay. Jetzt müssen wir nur zum Skatepark irgendwie. Der ist hier vorne. Nee. Ich muss ja sagen, das sieht echt total cool aus mit dem Drachen. Oh, hier ist der... Oh mein Gott, ist der groß. Keine Orientierung. Hier musst du, hier musst du, wo ich stehe. Hier ist ein Pfeil. Ach so. Und dann können wir anscheinend hier ein bisschen durch den Skatepark durchdingsen, durchtricksen. Nee. Woo. Ach so. Achtung. Ich bin wieder was vergessen. Hm. Jo. Oh Gott. Oh Gott. Was machst du denn? Ich mach ein paar Tricks. Solange du nicht wieder einen Unfall baust. Nein, nein. Wow. Ah. Oh, es ist mir so gut gefallen. Ach, du musst... Aber wir müssen hier drin ein paar Tricks machen. In dieser Kuhle müssen wir rein. Ich komme hier nicht mehr raus. Ah, so. Ah, wo bist du denn, Dana? Ich bin auf jeden Fall nicht... Wir müssen... Ach so. Wir müssen so einem Pfeil folgen. Ja. Nieu. Oh. Ja, ne? Oh. Okay, okay, okay. Vorsichtig. Vorsichtig rechts rum. Ich schalte viel zu oft um. Jetzt hier hoch. Ah. Oh Mann. Jawohl. Nein. Ich häng fest. Ich häng fest. Hier. Oh. 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 Nein. Das war's für die Video gewesen. Wenn es dir gefallen hat, hat es mir gerne ein Like und Abo da. Check ein bisschen bei mir es dir aus. Einfach draufklicken und haut rein. Bis morgen, Freunde. Ciao, ciao.